Herzlich willkommen bei kontrafunk aktuell. Am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Peter. Wir widmen uns in unserer heutigen Sendung folgenden Themen. Der frühere Generalinspektor der Bundeswehr Harald Kujat wird uns seine Einschätzungen zum Krieg in der Ukraine darlegen. Wir diskutieren mit dem Dramaturgen und Schriftsteller Klaus-Rüdiger May die jüngsten Entwicklungen der politischen Debattenkultur Deutschlands anhand eines Urteils des Bundesverfassungsgerichtes zur staatlichen Parteienfinanzierung und anhand der gegenwärtigen Anti-AfD-Demonstrationen. Der frühere Präsident des Bezirksgerichtes Weinfelden im Schweizer Kanton Thurgau und heutige Nationalrat der SVP Pascal Schmid erklärt uns, seine Motivation und Gründe für seine Forderung bei Tatverdächtigen immer die Nationalität zu nennen. Und Giuseppe Grazia beschäftigt in seinem Kommentar, ob wir alle freiheitsmüde geworden sind. Sie hören Kontrafunk aktuell. Seit exakt 700 Tagen tobt in der Ukraine ein Krieg, den Russland am 24. Februar 2022 begonnen hat. Seither sind vermutlich hunderttausende Menschen auf beiden Seiten ums Leben gekommen, auf dem Schlachtfeld und im Hinterland. Für die Staaten des transatlantischen Westens ist es nach wie vor ausgemachte Sache, die Ukraine zu unterstützen aus grundsätzlichen geostrategischen und geopolitischen Erwägungen. Inzwischen mehren sich die Anzeichen, dass die Solidarität im Westen bröckelt, sowohl aus finanziellen Gründen, vor allem aber auch wohl offenbar, dass die Einsicht gereift ist, dass dieser Krieg für die Ukraine doch nicht zu gewinnen ist und eine Friedenslösung her muss, damit das Land nicht in jeder Hinsicht ausblutet. Das ist wie immer leichter gesagt als getan. Wir wollen die schwierige Gemengelage jetzt besprechen mit einem Experten für die militärischen Aspekte dieses Konfliktes, dem ehemaligen Generalinspektor der Bundeswehr und als ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses auch der bislang höchstrangige deutsche Soldat innerhalb der Führungsstruktur des Nordatlantik-Paktes. Herzlich willkommen, Harald Kujat. Ich grüße Sie, hallo. Herr Kujat, Hand aufs Herz. Haben Sie damit gerechnet, dass ich Sie noch 2024 danach fragen muss oder fragen will, wann Ihrer Ansicht nach dieser Krieg endlich beendet sein wird? Naja, es ist die Frage, wann Sie mich gefragt hätten. Ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass dieser Krieg sich so entwickelt, wie er sich entwickelt hat. Aber man muss eben auch sagen oder muss sich fragen, haben wir wirklich alles getan, um diesen Krieg zu verhindern? Und zwar im Vorfeld dieses Krieges. Und haben wir alles getan, damit es zu einer Friedenslösung kommt, zumindest zu einem Waffenstillstand und hoffentlich sogar zu einer Beendigung dieses Krieges? Und da habe ich meine Zweifel, ob wir wirklich alles getan haben. Ich spreche jetzt vom Westen, wenn ich sage, wir, also die Vereinigten Staaten insbesondere und die NATO. Ich denke, wir haben nicht alles getan. Insofern müssen wir auch ein wenig uns an die eigene Brust klopfen. Das heißt nicht, dass man damit die Aggression Russlands rechtfertigt. Die ist völkerrechtswidrig, sie ist brutal. Das steht völlig außer Frage. Aber gerade wir Deutschen auch haben ja aus dem Grundgesetz heraus die Verpflichtung zum Frieden in der Welt beizutragen. Und ich denke, wir hätten wesentlich mehr tun können, um einen Friedensschluss herbeizuführen. Sie sind für diese Position ja virtuell regelrecht geprügelt worden und kritisiert worden. Können Sie dem Argument so gar nichts abgewinnen, dass man schwerlich der Ukraine sagen soll oder sagen müsste, du darfst nicht den Bündnispartner wählen, den du möchtest, weil Russland das nicht möchte? Das ist ja gar nicht die Frage. Es ist ja in unserer öffentlichen Diskussion wird ja immer wieder der Eindruck erweckt, jedes Land, jeder souveräne Staat könne sich das Bündnis aussuchen, dem er angehören möchte. Das ist bei der NATO, also ich muss es präziser sagen, bei der Nordatlantischen Allianz, die NATO ist ja nur die Organisation dieser Allianz, eben nicht der Fall, sondern da ist es eben so, dass die Verbündeten in der NATO einen Staat einladen und zwar im Konsens einladen müssen, diesem Bündnis beizutreten. Und dann kann dieser Staat entscheiden, ob er beitreten will oder nicht. Der kann natürlich diesen Wunsch vorher äußern, aber die Einladung ist Voraussetzung und zwar im Konsens. Das heißt, jeder einzelne NATO-Staat muss diese Einladung aussprechen. Das ist Artikel 10 des Nordatlantik-Vertrages oder des Washingtoner Vertrages. Und dann kommt noch hinzu, diese Einladung setzt voraus, dass bestimmte Voraussetzungen eben erfüllt sind bei dem einzuladenden Staat. Und das ist eine ziemlich hohe Hürde. Ich habe ja selbst lange Jahre, gerade auch in der Zeit, als wir die erste Welle der neuen NATO-Mitgliedstaaten aufgenommen haben, in der NATO gearbeitet. Und ich weiß, es ist auch ein langer und schwieriger Prozess, eine solche Einladung auszusprechen und dann tatsächlich auch die Formalien zu erfüllen. Und es ist, um es ganz deutlich zu sagen, die Ukraine erfüllt diese Voraussetzungen nicht. Und wir wissen inzwischen ja auch, dass es NATO-Mitgliedstaaten gibt, die gar nicht bereit sind, eine solche Einladung auszusprechen. Also man muss, glaube ich, auch ehrlich sein, auch ehrlich mit der Ukraine sein. Ich bin ja selbst lange Jahre, drei Jahre lang immer wieder in der Ukraine gewesen und dieses Thema ist immer wieder hochgekommen. Als Vorsitzender der NATO-Ukraine-Kommission, der Generalschaftschef, habe ich ja diesen Prozess der Integration der ukrainischen Streitkräfte in einen demokratischen Staat gesteuert. Und immer wieder kam diese Frage auf und ich habe ehrlich darauf geantwortet, so wie es der Washingtoner Vertrag vorsieht. Aber in der Diskussion, die wir seit Jahren führen, wird einfach die Situation nicht so realistisch dargestellt, wie sie tatsächlich ist. Trügt meinen Eindruck, wenn ich sage, dass ich den Eindruck habe, dass sowohl die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten sich verschätzt haben in der Einschätzung dessen, ob man diesen Krieg riskieren kann oder nicht. Aber auch die russische Seite sich verschätzt hat über die Verteidigungsfähigkeit, den Verteidigungswillen. Und wie kommt man aus dieser Sackgasse heraus oder sehe ich das als nicht militär völlig falsch? Ich glaube, man muss zunächst mal differenzieren. Wir sprechen immer davon, auch deutsche Politiker immer wieder, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Diesen Krieg kann niemand gewinnen. Weder Russland noch die Ukraine und auch nicht die Vereinigten Staaten. Denn ein Krieg gewinnen bedeutet, dass man die politischen Ziele, deretwegen man diesen Krieg führt, auch tatsächlich erreicht. Und keiner erreicht diese Ziele. Russland hat sich positioniert gegen eine NATO-Erweiterung. Das muss jetzt sozusagen vom Spielfeldrand zusehen, wie Schweden hoffentlich demnächst, aber bereits Finnland auch Mitglied der NATO geworden sind. Die Vereinigten Staaten wollten Russland politisch, wirtschaftlich und vor allen Dingen auch militärisch schwächen, eindämmen. Das ist nicht gelungen. Wir haben gesehen, dass die Sanktionen nicht das erreicht haben, was sie erreichen sollten. Im Gegenteil, die Wirkungen dieser Sanktionen treffen uns wesentlich stärker als das vorausgesehen war. Und politisch, wenn Sie sich einmal anschauen, wie sich die Weltlage entwickelt hat inzwischen, nehmen Sie die Organisation der BRICS-Staaten. Gerade im August sind sechs neue Staaten dieser Gruppe beigetreten, also dem Bündnis aus China und Russland. Da ist also politisch kein Nachteil für Russland entstanden. Nehmen Sie die wirtschaftliche Entwicklung. Russland verkauft nach wie vor sein Öl und sein Gas, wenn auch auf Umwegen, aber mit Gewinn. Also auch diese Ziele sind nicht erreicht worden. Und was die Ukraine betrifft, die Ukraine ist eben nicht Mitglied der NATO geworden. Die Ukraine hat 20 Prozent ihres Territoriums verloren. Und anders als es noch bei den Verhandlungen in Istanbul Ende März 2022 war, als Russland bereit war, über ein Referendum in den Regionen Luhansk und Donetsk abzustimmen, hat Russland dann diese Gebiete, diese Regionen zu russischem Staatsgebiet erklärt. Also die Ukraine hat auch das nicht erreicht, was sie eigentlich erreichen wollte. Und nun sehen wir, dass auch die militärische Situation sich sehr deutlich zugunsten Russlands neigt. Denn das ist die andere Frage. Ich habe eben über den Kriegsgewinn, also die politische Lösung gesprochen. Die Frage ist aber auch noch, was bedeutet das militärisch? Also eine militärische Niederlage oder ein militärischer Sieg? Das ist etwas völlig anderes. Und hier sehen wir deutlich eben, dass die große Offensive, die mit Unterstützung des Westens, mit Materiallieferungen, mit Ausbildung, mit gemeinsamer Planung begonnen wurde, nicht das erreicht hat, was sie erreichen sollte. Und dass die ukrainischen Streitkräfte praktisch zur Führung von Landkriegsoperationen kaum noch in der Lage sind. Und deshalb neigt sich eben auch das strategische Gewicht auf der ukrainischen Seite hin zu weitreichenden Waffensystemen, mit denen man Russland angreifen kann. Also wir sehen, auch militärisch ist Russland, wenn auch langsam, nicht in großen Zügen, aber doch langsam auf dem Vormarsch. Und die Frage ist natürlich, worauf zielt Russland ab? Was will Russland tatsächlich mit diesem militärischen Angriff erreichen? Jedenfalls als Fazit kann man ziehen, dass sich die militärische Lage sehr zu Ungunsten der Ukraine entwickelt. Sie ist kritisch, äußerst kritisch, mit hohen personellen Verlusten und sollte wirklich die Unterstützung des Westens mit Waffenlieferungen, mit finanzieller Unterstützung bröckeln, und das deutet sich ja in den Vereinigten Staaten an, dann ist die Forderung, die ich schon seit langem erhoben habe und die andere auch erhoben haben, endlich zu einem Waffenstillstand zu kommen und zu einem Friedensschluss, der die Interessen beider Seiten berücksichtigt und vor allen Dingen das Sterben vieler tausend Menschen in der Ukraine verhindert. Dann ist diese Forderung, glaube ich, schon berechtigt. Zu den USA will ich gleich noch kommen. Ich komme zurück auf Ihre Andeutung, dass die Ukraine eine Option wählt, beziehungsweise die Strategie verfolgt, Langstreckenwaffen zu bekommen. Der Bundestag hat die Lieferung solcher Langstreckenwaffen, nämlich des Taurus Marschflugkörper, jetzt abgelehnt vor kurzem. Und zu meinem großen Erstaunen, muss ich sagen, gehört dazu den Abgeordneten, die mit Nein stimmten. Ausgerechnet auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die bislang sehr, sehr lautstark für die Lieferung genau dieser Marschflugkörper geworben hat. Was ist da los? Ist das ein geordneter Rückzug? Nein, das sehe ich so nicht. Ich glaube nicht, dass diejenigen, die die Lieferung von weitreichenden Waffen an die Ukraine befürworten und fordern schon seit langem, dass die ihre Meinung geändert haben. In der Abstimmung spielten offensichtlich parteitaktische Gründe eine Rolle. Das Thema wird auch wieder hochkommen. Davon bin ich überzeugt. In den USA, Herr Kujat, besteht durchaus die Chance, dass Ex-Präsident Donald Trump wieder zurück ins Weiße Haus kehren könnte. Und seine Kritiker, aber auch andere Beobachter der Situation befürchten, dass das auch bedeuten könnte, dass die USA ihre Unterstützung für die Ukraine mehr oder weniger einstellen. In Europa wird deshalb diskutiert, ob der Kontinent das ersetzen könnte. Und dabei wird natürlich sofort in den Blick genommen, die ökonomisch stärkste Kraft in der EU, denn das ist Deutschland. Ist die Bundesrepublik, ihre Armee, die Bundeswehr, ist die deutsche Rüstungsindustrie in der Lage, das tatsächlich zu kompensieren, was die USA bisher geleistet haben? Und ist das überhaupt erstrebenswert? Naja, es sind zwei Aspekte, die dabei eine Rolle spielen. Die erste Frage ist, so wie Sie sie auch gestellt haben, sind wir wirklich in der Lage dazu? Also in dem Umfang, in dem die Vereinigten Staaten die Ukraine unterstützen, in diesem Umfang sind wir mit Sicherheit nicht in der Lage, diese Unterstützung fortzuführen. Es kommt aber noch etwas anderes hinzu. Diese Unterstützung durch die Vereinigten Staaten beschränkt sich ja nicht nur auf die Lieferung von Waffensystemen und auf die Bereitstellung von Finanzen, um überhaupt den gesamten Regierungsapparat in der Ukraine am Leben zu erhalten, sondern sie geht ja weit darüber hinaus, nämlich in der Bereitstellung von Aufklärungsinformationen, in der gemeinsamen Planung, Operationsplanung, wie wir das ja auch in der Vorbereitung der Offensive gesehen haben. All das ist von Europa nicht zu leisten. Das muss man eindeutig sagen. Es kommt aber etwas anderes noch hinzu. Täten wir dies in dem Umfang, in dem die Vereinigten Staaten das tun, müssen wir sehr sorgfältig überlegen, ob wir damit nicht aus der Position einer indirekten Beteiligung an diesem Krieg in eine direkte Beteiligung des Krieges hineingehen. Und da stellt sich gerade für Deutschland natürlich die Frage, ob das mit unserer Verfassung überhaupt vereinbar wäre. Also ich habe hier ganz große Bedenken. Und der dritte Punkt ist der natürlich, die Vereinigten Staaten sind eine nuklearstrategische Supermacht, so wie Russland auch. Und da gibt es ein strategisches Gleichgewicht zwischen beiden. Und wir haben während des gesamten Krieges sehr deutlich sehen können, dass beide Staaten, Russland und die Vereinigten Staaten, es immer wieder versucht haben, eine direkte Konfrontation zwischen diesen beiden Großmächten zu vermeiden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also ich will dazu ein Beispiel nennen. Bei der Waffenlieferung haben die Vereinigten Staaten, als die Ukraine forderte, Mehrfachraketenwerfer zu liefern, HIMARS, die Variante mit der kürzeren Reichweite geliefert, die eben nicht so weit in das russische Territorium hineinwirken können. Das gleiche haben die Vereinigten Staaten bei der Lieferung von Attackums gemacht. Auch hier ist die alte Version geliefert worden mit einer kürzeren Reichweite und nicht die modernere Version. Die F-16 Flugzeuge, die von einigen europäischen Staaten geliefert werden, dazu haben die Vereinigten Staaten ihre Einwilligung gegeben. Sie selbst liefern aber nicht. Also wir sehen hier ganz deutlich, auf der Seite der Vereinigten Staaten versucht man, eine Situation zu vermeiden, in der es zu einer direkten Spannung zwischen den beiden Großmächten kommt. Und Präsident Biden hat mehrfach darauf hingewiesen, dass es hier auch eine rote Linie gibt, die die Vereinigten Staaten nicht überschreiten wollen und auch nicht überschreiten können. Und er hat mehrfach auch davor gewarnt, dass ein Überschreiten dieser roten Linie dazu führen könnte, dass dieser Krieg sich ausweitet oder sogar eskaliert. Das heißt also, dass die Gefahren eines großen europäischen Krieges dadurch zunehmen würden. Vor diesem Hintergrund würde eine Position Deutschlands, die bestrebt ist, sozusagen die Vereinigten Staaten zu ersetzen, enorme Risiken für unser Land und für Europa insgesamt heraufbeschwören. Das muss man im Hinterkopf behalten. Und ich kann nur wiederholen dabei, das Grundgesetz ist da sehr eindeutig. Die Bundesregierung hat die Verpflichtung, zum Frieden beizutragen, und gerade auch, wenn es darum geht, sozusagen in unserer unmittelbaren Nähe auf dem europäischen Kontinent eine Ausdehnung dieses Krieges auf weitere Staaten zu verhindern, wäre die Bundesregierung hier tatsächlich in der Pflicht. Wie ist die Lage im Ukraine-Krieg und wie sind die Optionen der kriegführenden Seiten? Darüber sprachen wir mit dem ehemaligen Generalinspektor der Bundeswehr und früheren Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses, Luftwaffengeneral a.d. Harald Kujat. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kujat. Gerne. Sie hören Kontrafunk aktuell. Das Bundesverfassungsgericht hat gestern entschieden, der Partei Die Heimat, die früher unter dem Namen NPD filmierte, für sechs Jahre den Zugang zur staatlichen Parteienfinanzierung zu entziehen, weil sie nachgewiesenermaßen gegen die verfassungsmäßige Ordnung arbeite. Was auf den ersten Blick als normaler Vorgang wirkt, hat auf den zweiten Blick ein Geschmäckle, denn ausgerechnet die Bundesinnenministerin schnatterte nach der Karlsruher Entscheidung ganz aufgeregt von einem weiteren Instrument, das dem Staat zur Verteidigung der Demokratie zur Verfügung stünde. Unser nächster Gesprächspartner gehört zu jenen, die bei dieser Äußerung von Nancy Faeser Schauer von Gänsehaut den Rücken herunterlaufen und das wollen wir jetzt klären, warum. Herzlich willkommen für den Dramaturgen und Schriftsteller Klaus-Rüdiger May. Ja, schönen guten Tag. Herr May, täuschter Eindruck oder frohlockter Staat gerade, dass hochkomplexe und vor allem hochriskante Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht durch ein neues Gesetz über die staatliche Parteienfinanzierung umgehen zu können, was sich nun als relativ erfolgreich gezeigt hat. Also frohlocken würde ich nicht sagen, aus dem einfachen Grund, weil sie eher ratlos sind. Also wir sind ja in einer paradoxen Situation, die sich dadurch auszeichnet, dass die Regierung ihren Kurs, der erkennbar falsch ist, weiter durchführen will und sie nicht weiß, wie sie mit den Folgen dieses Kurses umgehen soll. Denn sie verärgert ja nacheinander und auch immer nachhaltiger die verschiedensten Berufsgruppen in diesem Land. Und da hat sie keine Lösung und deswegen braucht sie eigentlich einen Belzebub, der ist die AfD und die wird aber auch immer stärker und jetzt weiß sie nicht, wie sie damit umgehen soll und versucht so in verschiedenen Instrumentarien zu denken. Der frühere Verfassungsrichter Peter Müller, Ex-CDU-Ministerpräsident des Saarlandes, hat am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin noch einmal und mir schien fast wie bei einer Jura-Vorlesung klargestellt, dass ein Verbotsantrag nur die Ultima Ratio für den Verfassungsstaat sein könne, mit einer Partei umzugehen, die offenkundig gegen die Grundlagen dieses Staates arbeite und sich aber mit den Mitteln einer gesunden parlamentarischen Demokratie, also einer überzeugenden, vom breiten Volkswillen getragenen Politik nicht eindämmen lässt. Kann es sein, dass das Bundesverfassungsgericht das Ausscheiden von Peter Müller, er ist ja am Ende des vergangenen Jahres ausgeschieden, abgewartet hat, um das nunmehrige Urteil zur staatlichen Parteienfinanzierung zu fällen oder erliege ich mal wieder verschwörungstheoretisch im Denken? Ach, das würde ich noch gar nicht so sehr in einen Zusammenhang bringen wollen, denn ich finde es wichtig, dass man dieses Urteil jetzt trennt von der ganzen Frage AfD und wie die sich selbst demokratisch nennenden Parteien oder wie Herr Lindner sagte, dass ein Schauder mit dem Rücken herunterlaufen ließ, wenn ich an die DDR denke, das demokratische Zentrum nannte er das. Nun jedenfalls, das würde ich noch nicht vermengen wollen und ich würde auch diese Frage der Parteienfinanzierung, was die NPD betrifft, die ja auch schon einen Vorlauf hat, nicht zusammenbringen wollen mit der AfD. Das wollen bestimmte Leute, das will auch Frau Faeser, die dann gesagt hat, naja, nun haben wir ja ein neues Mittel, um die Demokratie zu verteidigen. Man muss dazu wissen, dass Frau Faeser letztendlich unter Verteidigung der Demokratie die Verteidigung der Regierung versteht. Das ist natürlich etwas weniger als Demokratie, aber das ist in ihrem Kopf wahrscheinlich identisch miteinander. Und der Herr Fechner von der SPD hat ja auch mit Blick auf die AfD gesagt, man muss überlegen, ob man es nicht dort auch anwenden kann. Das sind aber zwei völlig verschiedene Dinge. Es gibt überhaupt keinen Verbotsantrag, was die AfD betrifft. Es gibt auch keine Anhaltspunkte. Es hat keine Vorgeschichte wie bei der NPD. Man kann beides nicht in einen Topf werfen. Aber was man versucht hingegen ist, dass man sagt, naja, also irgendwie ist die AfD ja auch so ein bisschen wie die NPD. Und was für die NPD, also die Heimat gilt, könnte auch für die AfD gelten. Und das muss man sehr stark voneinander trennen. Das ist das Wichtige. Und wie sich das Verfassungsgericht weiter verhält, kann ich nicht prognostizieren. Nur zur Erklärung, der von Ihnen erwähnt, der Herr Fechner ist der Johannes Fechner, der Parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion der SPD. Ist es nicht legitim trotzdem, ich versuche mal jetzt wieder Advokatus Diaboli zu spielen, ist es nicht legitim, wenn der Staat zum Mittel der Streichung von staatlichen Geldern greift, bevor er zur ultimativen Waffe des Parteiverbotes greift? Also die Geschichte der Parteienfinanzierung oder der Streichung oder Aussetzung der Parteienfinanzierung ist ja relativ kurz. Sie ist ja fast, wenn man so will, eine Lex NPD. Denn weil man mit einem Verbotsverfahren zweimal gescheitert ist bei der NPD, hat man 2017 dieses Instrumentarium geschaffen, womit man die Finanzierung von Parteien aussetzen kann. Nur ist auch dieses Mittel letztendlich mit starken rechtlichen Hürden versehen. Also es ist nicht so einfach jetzt sozusagen der ganz kleine Bruder des Parteienverbots, was man mal schnell machen kann. Das funktioniert auf der einen Seite nicht. Und ich muss auch sagen, man muss mit diesen Dingen sehr, 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 sehr vorsichtig sein, weil man kann eine politische Auseinandersetzung nicht justiziabel machen. Man kann eine rein politische Auseinandersetzung nicht versuchen, mit den Mitteln des Rechtes zu klären. Das im Übrigen geschieht nur in Diktaturen. Da werden politische Auseinandersetzungen kriminalisiert. Und deswegen muss man da eine sehr große Vorsicht walten lassen. Und bis jetzt, das muss ich auch dazu sagen, ich habe bis jetzt noch nicht gesehen, mit welchen Kriterien, auf welcher Grundlage, auf welchen Gutachten, beispielsweise in Sachsen und Thüringen, die AfD vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingeschätzt wurde, oder Teile von ihr als gesichert rechtsextrem eingeschätzt worden sind. Also das sollte auch und muss man auch inzwischen hinterfragen, weil der Chef des Verfassungsschutzes, der Herr Haldenwang, ja auch deutlich geäußert hat, dass er sich als politischer Beamter versteht, also mal schnell die Hürde der Neutralität übersprungen hat und dann gesagt hat, ja, sein Ziel ist ja auch die Bekämpfung der AfD. Und deswegen muss man an dieser Stelle sauberer hingucken, dass hier nicht wirklich Verfassungsgrundsätze ins Rutschen geraten. Weil Sie Herrn Haldenwang gerade angesprochen haben, der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion hat im Morgenmagazin beim ZDF erklärt, der stellvertretende Chef des Verfassungsschutzes war in der Fraktion und sei direkt gefragt worden, ob er irgendwelche Belege nennen könne, irgendein Beispiel nennen könne für die Landesverbände der AfD in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt, die ja als sogenannt gesichert rechtsextrem gelten sollen, über irgendwelche Mitglieder der Bundestagsfraktion, ob ihm da irgendetwas vorliegt und er konnte nicht sagen, dass über irgendeinen der Abgeordneten Belege oder irgendetwas vorliegt, was diese Aussage gesichert rechtsextrem belegen kann. Auch hier liegt ja der Verdacht nahe, dass mit Mitteln des Staates, also mit, ich will jetzt nicht sagen Diffamierung, aber dass der Staat hier seine Muskeln spielen ist, mithilfe des Verfassungsschutzes, um eine unliebsame, unbequeme Partei zu desavouieren, die man anders nicht desavouieren kann. Also der Hauptfeind des Staates oder, nicht des Staates, das wäre ja falsch, der Hauptfeind der Regierung, der Ampelregierung ist ja nicht die AfD, der Hauptfeind der Ampelregierung ist die Realität, die Wirklichkeit, ist das Problem, dass 2 plus 2 nun mal 4 ist und nicht 7 ist. Nichts von dem, was die Ampel macht, funktioniert. Wir sind im Zustand einer Deindustrialisierung, wir haben eine Rezession, wir haben einen Wirtschaftseinbruch, 2023 ist die Wirtschaft um 0,3 Prozent geschwunden und wir sehen den Zusammenbruch der öffentlichen Sicherheit immer stärker, wir sehen den Zusammenbruch der öffentlichen Infrastruktur, wir sehen eine Energieunsicherheit. Es wird jetzt auf uns zukommen, auf die Arbeitnehmer, eine Entlassungswelle in 2024. Etliche Firmen haben schon gesagt, dass sie Entlassungen vornehmen werden, dass sie die Belegschaft reduzieren werden. Also die Zeichen stehen auf Krise und Schuld daran ist nicht Putin, Schuld daran ist auch nicht der Ukraine-Krieg, Schuld daran ist auch nicht der Mann im Mond, sondern Schuld daran ist die Politik der Ampel, die vollkommen falsch ist. Jetzt greift man auch noch die Bauern an und versucht die Wirtschaftlichkeit der Bauern zu untergraben. Das ist absurd, weil man einem Gesellschaftsmodell, einer klimaneutralen Gesellschaft hinterherläuft, also im Grunde einer Staatswirtschaft, einer Planwirtschaft, einer ökologistischen Planwirtschaft und das kann nicht funktionieren. Und weil das nicht funktioniert und die Regierung ja nicht schuld daran sein kann, muss jemand schuld daran sein. Und deswegen ist die Oppositionspartei, die es am klarsten benennt, was in diesem Falle die AfD ist, ist die plötzlich schuld und muss sie zum Schuldigen von allen gemacht werden. Ich meine, die Leute haben doch nicht demonstriert, jetzt am Wochenende, dass die Energie teurer wird. Sie haben doch nicht dagegen demonstriert, dass die Wirtschaft immer stärker schwindet. Sie haben demonstriert gegen die AfD und sie haben demonstriert gegen einen Rechtsruck in der Gesellschaft, der nicht vorhanden ist. Es ist komplett absurd, was da passiert. Und man hat ja schon den Eindruck, wenn man das liest, als stünden wir kurz vor dem Vierten Reich, das sind Idiosynkrasien, Halluzinationen, die dort stattfinden. Und dass die Regierung das noch befeuert, um von ihrer miesen, wirklich miesen Bilanz abzulenken, das ist schon ein tiefer Fall in den demokratischen Geflogenheiten. In einer 2012 erschienenen Ausgabe der Zeitschrift aus Politik und Zeitgeschichte der Bundeszentrale für politische Bildung behauptete da der Berliner Soziologe Professor Dieter Ruch damals, die Lichterketten-Demonstration von über 400.000 Menschen im Dezember 1992 in München sei auf eine Mobilisierungskampagne von Medien zurückzuführen gewesen, die nicht länger als vier Tage dafür gebraucht hätten. Und außerdem müsse man im Hinterkopf behalten, dass eine Demonstration von hunderttausenden Menschen auch Kosten von hunderttausenden Euro verursache. Hier wurde ja auch noch gar nicht bei den Demonstrationen, die Sie jetzt angesprochen haben, darüber nachgefragt, wer die überhaupt bezahlt hat, diese Demonstration. Wir erleben gegenwärtig diese Demonstrationen, die von den wichtigsten, den verbreitungsstärksten Medien in Deutschland dargestellt werden, als seien die quasi spontan. Ist das tatsächlich so? Ist das spontane Willensbekundung des Volkes? Beziehungsweise liege ich auch hier wieder, ich will nicht sagen falsch, aber vielleicht auch ein bisschen richtig, wenn ich an das erinnere, was ich gerade erzählt habe von Professor Dieter Rucht über den Protest 92 in München, dass hier eventuell sogar gesteuerter Protest stattfindet? Also die Demonstrationen scheinen mir so spontan zu sein, wie ich jeden Morgen zur gleichen Zeit frühstücke. Es ist zu erkennen, dass eine Kampagne, ich will nicht Recherche sagen, von Korrektiv, die im November stattgefunden hat und die, glaubt man, Korrektiv Unglaubliches zu Tage gefördert hat, dann nicht dazu geführt hat, dass Korrektiv im November damit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Korrektiv ist damit übrigens auch nicht im Dezember an die Öffentlichkeit gegangen, obwohl es doch so dringlich war, sondern man ist im Januar an die Öffentlichkeit gegangen damit. Und wann ist man damit an die Öffentlichkeit gegangen? Man ist damit an die Öffentlichkeit gegangen, nachdem die großen Proteste der Bauern das Land aufgerüttelt haben. Und im Übrigen, die Bauernproteste sind in keiner Weise damit zu vergleichen, weil es ist eine ganz klare Geschichte, dass in Demokratien Demonstrationen letztendlich auch Kritik an der Regierung sind. Demonstrationen im Sinne der Regierung kennt man eigentlich nur aus Diktaturen, weil Diktaturen immer wieder benötigen, von einer scheinbaren Mehrheit, von einer Gruppe der Bevölkerung als gut, als toll dargestellt zu werden, weil das Quorum der Wahl ja nicht gilt. Denn dort finden ja keine Wahlen statt. Das heißt, es ist schon eine Absurdität, dass Leute im Grunde im Sinne der Regierung und für die Regierung, für die Ampelregierung demonstrieren, was sie gar nicht müssen, weil die Ampelregierung ist gewählt und die macht ihre Politik. Natürlich können Leute sagen, wir sind mit der Politik der Ampel nicht einverstanden, wenn die dann demonstrieren. Dagegen, gegen diese Politik ist das eine völlig andere Tatsache. Also das ist der eine Punkt. Das zweite Punkt ist, ob nicht ein Teil derer, die da demonstrieren, letztendlich gut vernetzte NGO-Leute sind, die eigentlich auch ihre Finanzierung weiterhaben wollen und sich jetzt auch in Szene setzen als die wertvollsten Kämpfer gegen Rechts. Nur, es geht nicht um Rechts oder Links. Wir leben in einem Rechtsstaat, wo alles geregelt ist. Und wenn Leute der Volksverhetzung schuldig gemacht werden, dann bedarf es keiner Demonstration, sondern dann bedarf es eines Richters. Nur, wenn Gesetze nicht gebrochen werden, dann gibt es auch keine Anklage und dann bedarf es auch keiner Demonstration an dieser Stelle. Insofern, ich will nicht verschwörungstheoretisch unterwegs sein. Nur eins steht fest, wenn ich als Historiker das Mittel der Chronologie anlege und gucke, wann was geschehen ist, so hat das Ganze freundlich formuliert ein Geschmäckle. Versucht die Ampel-Koalition in Berlin mit einer Verbotsdebatte unliebsame und unbequeme Kritik zu diskreditieren und mundtot zu machen, statt eine bürgernahe Politik zu organisieren. Wir waren dazu im Gespräch mit dem Dramaturgen und Schriftsteller Klaus-Rüdiger May. Herzlichen Dank, Herr May. Ja, Dankeschön. Sie hören Kontrafunk aktuell. In der Kriminologie kennt man ein Phänomen, das sich Bedrohungswahrnehmung nennt und ausdrückt, dass Menschen sich häufig deutlich stärker durch Kriminalität bedroht fühlen, als es die Kriminalitätsstatistik wahrscheinlich erscheinen lässt. Doch mit dieser Erkenntnis ist dem individuellen Unsicherheitsgefühl vieler Menschen natürlich nicht geholfen oder besser gesagt kann nicht abgeholfen werden. Vor allem die empfundene und tatsächliche Bedrohungslage durch kriminelle Handlungen von Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft erregt und verändert die Gemüter. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern überall. Angeheizt wird diese Debatte durch den Umstand, dass viele Politiker, Medien und auch Mitarbeiter von Polizei und Justiz die Nennung von Nationalitäten bei Tatverdächtigen vermeiden. Das regt auch Pascal Schmidt auf und damit sind wir in der Schweiz. Er ist Rechtsanwalt, ehemaliger Präsident des Bezirksgerichtes Weinfelden im Schweizer Kanton Thurgau und Nationalrat der SVP. Herzlich willkommen, Herr Schmid. Ja, guten Tag, Herr Peter. Herr Schmid, Sie fordern unumwunden die Nennung der Nationalität eines Tatverdächtigen ohne Wenn und Aber. Kritiker befürchten eine Stigmatisierung von Menschen bestimmter Nationalität. Ist das für Sie kein bedenkenswertes Argument? Ich kann das Argument einfach überhaupt nicht nachvollziehen. Ich glaube, wir müssen die Fakten haben. Wir müssen wissen, wer was macht. Wir müssen das auf dem Tisch haben. Wenn wir das nicht wissen und wenn das unter den Teppich gekehrt wird, dann können wir die Probleme nicht lösen. Und das heißt ja dann immer, es besteht kein Zusammenhang mit Migration. Aber es besteht ja offensichtlich ein gewisser Zusammenhang. Und wenn man das nicht sagt, dann erregt das nach meiner Betrachtung im Volk ein grosses Misstrauen und eine grosse Skepsis gegenüber den Behörden. Und das ist nicht gut. Der Sprecher der Jugendanwaltschaft Ihres Heimatkantons Thurgau argumentiert, jugendliche Tatverdächtige seien vor allem im ländlichen Raum identifizierbar, wenn eine Nationalität in der Berichterstattung genannt werde, was gegen den besonderen Persönlichkeitsschutz für Jugendliche verstoße. Ebenfalls ein nachdenkenswertes Argument oder nicht? Ja, ist im konkreten Fall. Da ging es ja um acht Personen, Jugendliche, also sehr, sehr junge Erwachsene. Das wusste man, das wurde von der Polizei bekannt gegeben, im Bundesasylzentrum wohnen. Das ist nicht ländlicher Raum. Da geht es auch nicht um die Erkennbarkeit und es ist sicher richtig, dass die nicht erkennbar sind. Die müssen anonymisiert werden. Das ist auch korrekt so. Aber es ist ja nicht zu vergleichen mit einem Fall in einem kleinen Dorf draussen, wo vielleicht ein Marokkaner wohnt, der jugendlich ist, der einzige und dann schreibt man der Marokkaner mit 17 Jahren aus diesem Dorf. Ich meine, das wäre klar, aber das geht ein bisschen aus meiner Sicht in eine absurde Richtung, wenn das als Argument gebracht wird. Das ist kein taugliches Argument, um Nationalitäten nicht zu nennen. Jedenfalls nicht im Grundsatz. Gibt es denn einen juristischen Grund, den Sie nennen können? Sie sind ja Rechtsanwalt, wo Sie sagen können, aus juristischer Sicht ist das zwingend, die Nationalitäten zu nennen von Tatverdächtigen und nicht nur, weil Bürger eventuell das Vertrauen in den Rechtsstaat verlieren können. Ich glaube, das ist nicht eine rechtliche Frage, das ist eine politische, eine staatspolitische Frage. Es geht um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in unseren Staat und ich bin der Meinung, dass die Einwohner, das sind ja alle Ausländer auch, die in unserem Land wohnen, die haben ein Recht darauf, nicht Opfer einer Straftat zu werden oder dass sie der Staat zumindest davor beschützt, so gut es geht. Und wenn man Fakten, die im Zusammenhang mit der Migration stehen, unter den Teppich kehrt, noch einmal, dann verdeckt man ein Problem, das man nicht verdecken sollte, das man lösen sollte. Aber wenn man es nicht sagt, dann kann es auch nicht angegangen werden. Und da gibt es ja einige Probleme in diesem Bereich, die zu lösen sind. In dem Fall, den Sie vorhin angesprochen haben in Ihrem Heimatkanton, wo acht Jugendliche aus einem Asylzentrum, glaube ich war das, einen anderen Mann angegriffen haben, das Opfer war ein 28-jähriger Tunesier. Das ist ja auch eine interessante Konstellation. Aber ich habe Sie doch richtig verstanden, dass Sie dafür sind, in jedem Fall die Nationalität zu nennen. Also eben auch, wenn Tatverdächtige, Schweizer, Deutsche, Österreicher, was auch immer sind in jedem Land. Ja, in jedem Fall. Also dieses Beispiel ist ja gerade ziemlich absurd, weil man die Nationalität des Opfers genannt hat, aber die acht Täter, die dann nicht. Eben, wie ich es vorhin gesagt habe, es geht ja nicht nur um die Bürgerinnen und Bürger, um die Schweizerinnen und Schweizer, es geht um den Schutz aller Leute, die in diesem Land hier bei uns sind, leben, wohnen, arbeiten und Steuern zahlen. Die haben einen Anspruch darauf, dass sie der Staat schützt und das tut er im Moment nicht in allen Teilen gut. Auf das, was der Staat tun sollte, Ihrer Meinung nach, kommen wir gleich. Ich wollte vorhin noch wissen, ist Ihr Ziel oder das Ihrer Parteifreunde oder der Politiker, die mit Ihnen sympathisieren, ist es auch so, dass Sie fordern, dass auch von eingebürgerten Schweizer Staatsbürgern die Herkunftsnationalität im Zweifel genannt wird oder ist das obsolet? Ja, das geht noch einen Schritt weiter. Ich glaube, das kann man durchaus auch verlangen, aber im Zentrum steht die Angabe der Nationalität. Ich meine, bei den Einbürgerungen, um die geht es dann, ja, müsste man vorher besser hinschauen. Ich finde, wenn dann Personen eingebürgert sind, Schweizerinnen und Schweizer sind, dann sollte man auch nicht mehr unbedingt unterscheiden zwischen echten Schweizern und eingebürgerten Schweizern. Das finde ich nicht unbedingt der richtige Ansatzpunkt, sondern man muss vorher schauen, dass wir gut hinschauen, wer eingebürgert wird. Nun sind Sie Politiker der SVP, Nationalrat der SVP und Sie haben selbst gesagt, die Bürger eines Staates, in diesem Fall die Schweizer Staatsbürger, erwarten von Ihrer Politik, von Ihren Politikern, von Ihrer Regierung, dass sie geschützt werden, dass ihr Leib und Leben und ihr Hab und Gut geschützt ist. Was denken Sie, hat die Schweiz da im Moment ein Manko, eine Bringeschuld, die da noch fehlt? Also was müsste aus Ihrer Sicht die Schweizer Politik tun, um diesem Grundbedürfnis der Schweizer Bürger Rechnung zu tragen? Oder in diesem Fall gäbe es eine politische Möglichkeit, das anzuordnen, dass die Nationalität in jedem Fall genannt werden muss? Ich nenne Ihnen jetzt mal ein Beispiel im Kanton Thurgau, Grenzkanton zu Deutschland. Da haben wir eine enorme Zunahme der Kriminalität. Beispiel Einbrüche in Fahrzeuge. Da haben wir in drei Jahren eine Verfünffachung und 90% der Täter stammen offenbar aus Nordafrika. Es sind Asylsuchende, die in Asylzentren wohnen. Da haben wir offensichtlich ein Problem und da macht der Staat zu wenig und das hat der Staat offensichtlich auch nicht im Griff. Und was kann der Staat tun? Ja, der Staat muss hier, meine ich, etwas mehr Zähne zeigen. Der Rechtsstaat, wir können das mit rechtsstaatlichen Mitteln in den Griff bekommen. Da muss man halt auch mal die Samthandschuhe ausziehen. Das sind ja nicht die Leute, die wir wollen bei uns in der Schweiz. Das sind Asylsuchende, die vorgeben, in ihrer Heimat verfolgt zu sein. Und was machen sie hier? Sie sind kriminell, sind meist Wirtschaftsflüchtlinge, die sind gar nicht wirklich verfolgt. Solche Leute, die nehmen ja im Prinzip auch den Platz weg für wirklich Verfolgte. Diese Leute, die gehören verurteilt, die gehören bestraft und die gehören dann aus dem Land hinaus. Das muss der Allaufsein und das muss auch konsequent angegangen werden. Das funktioniert viel zu wenig. In der Realität sieht es so aus, dass sie kurz in Haft sind bei der Polizei, bei solchen Delikten. Dann sind sie wieder draussen, dann sind sie in einem Asylzentrum, haben das ganze Wochenende freien Ausgang, werden dann vielleicht mal irgendwann bestraft nach zwei, drei, vier Wochen mit eher milden Strafen und können dann noch länger bleiben und die Asylverfahren laufen weiter. Das sind Zustände, das versteht der Normalbürger nicht mehr. Die verstehen das nicht mehr und die fragen mich die ganze Zeit, was macht denn die Politik? Was macht die Politik gegen diese Missstände? Und es geht auch überhaupt nicht um Ausländer und Schweizer, es geht um Kriminelle, um Leute, die sich in diesem Land nicht an unsere Regeln halten und die Leute, die in diesem Land unsere Regeln nicht befolgen und kriminell werden, die haben in der Schweiz nichts verloren. Das ist ganz einfach. Und das ist auch die Erwartung der Bürgerinnen und Bürger, ganz klar. Ich habe Sie richtig verstanden, dass Sie glauben, dass es kein Problem ist, meinetwegen neue Gesetze zu erlassen oder neue Regeln aufzustellen, sondern dass das, was bereits da ist an Gesetzeswerk, nur konsequenter umgesetzt werden muss. Ja, es wäre schon mal ziemlich viel gewonnen, wenn das, was da wäre, konsequenter angewandt würde und das ist im Moment nicht der Fall. Und man muss natürlich, klar, es ist nicht alles so einfach, ich sage ja nicht, dass die Lösung einfach ist, aber wenn wir die Probleme unter den Teppich kehren, dann lösen wir sie überhaupt nie. Und die sind sichere, komplexe Probleme, die aber angegangen werden müssen. Da muss auch die Justiz, die ist in der Pflicht, die darf durchaus auch etwas strenger werden und diese Strafrahmen, welche die Gesetze bieten, auch ausschöpfen, das wird auch zu wenig gemacht und ein großes Problem ist natürlich die Frage der Rückführungen in bestimmte Länder. Wir haben viele Länder, die auch von der Schweiz Entwicklungshilfe bekommen, aber ihre Staatsbürger nicht zurücknehmen und das kann es nicht sein. Da müssen wir neue Wege beschreiten, das dürfen wir auch gar nicht akzeptieren, das müssen wir verknüpfen miteinander. Eine Frage habe ich noch, die ist vielleicht eher hypothetischer Art, aber in der Debatte werfen sich beide Seiten, will ich mal sagen, handeln aus ideologischen Gründen vor. Den einen wird vorgeworfen, sie haben etwas per se gegen Ausländer und auf der anderen Seite wird den Kritikern vorgeworfen, sie würden aus ideologischen Gründen eine Lösung des offenkundigen Problems ablehnen beziehungsweise sabotieren. Ist das nur eine Verdachtsberichterstattung oder gibt es dafür tatsächliche Anhaltspunkte? Ja, ich meine, wir haben in Schweizer Gefängnissen einen Ausländeranteil von über 70 Prozent. In Deutschland, ich habe das kurz nachgeschaut, sind es 38 Prozent. Sie haben da offensichtlich ein Problem und sehr vieles hängt mit dem Asylthema zusammen. Gerade im Kanton Zürich, Nachbarkanton, da hat das Volk über die Nennung der Nationalitäten abgestimmt und eine Initiative meiner Partei angenommen, die die Nennung der Nationalitäten verlangt. Also das Volk will das, das ist demokratisch legitimiert. Das Volk will Transparenz und in anderen Bereichen fordern auch sehr viele Politiker die ganze Zeit Transparenz. wenn es um Interessenbindungen geht und so weiter. Aber in diesem zentralen Bereich, das ist ein zentraler Bereich, das ist eine Kernaufgabe unseres Staates, die Bürger zu schützen. Da geht es um das Gewaltmonopol, da geht es wirklich um das Eingemachte. Und hier versagt der Staat teilweise und hier Intransparenz zu schaffen, das unter den Deckel zu kehren, nicht zu sagen, nicht zu nennen, damit das Problem nur nicht so gross wird. Ich glaube, da laufen wir völlig in die falsche Richtung. Das führt am Ende nur zu frustrierten Leuten und am Ende auch zu Verschwörungstheorien. Und das ist nicht gut. Wir müssen die Probleme beim Namen nennen und wir müssen sie anpacken und müssen versuchen, sie zu lösen und das rasch. Sollen die Nationalitäten von Tatverdächtigen genannt werden oder nicht? Unser Gesprächspartner meint ja. Wir sprachen mit dem Schweizer Rechtsanwalt und SVP-Nationalrat Pascal Schmid. Vielen Dank, Herr Schmid. Ja, ich danke Ihnen, Herr Peter, für das interessante Gespräch. Sie hören Kontrafunk aktuell. Als George Orwell 1945 sein berühmtes Buch Farm der Tiere veröffentlichte, schrieb er in seinem Vorwort den nicht minder berühmten Satz Falls Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann bedeutet sie das Recht darauf, den Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen. Doch weil 1945, kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, weder die britische noch die US-amerikanische Regierung den antifaschistischen Bündnispartner Sowjetunion unter Josef Stalin verärgern wollten, denn das Buch ist eine ziemlich deutlich erkennbare Analogie auf die Sowjetunion Stalins, wurde das Vorwort nicht gedruckt, auch nicht in allen späteren Nachauflagen. Der Entwurf für das Vorwort wurde 1972 im Nachlass Orwells entdeckt, aber erst 2002 hatte der Schweizer Diogenes Verlag das Rückgrat, das Originalvorwort von Orwell mitzuveröffentlichen. Inzwischen ist es schon wieder so, dass zwar Meinungsfreiheit propagiert wird, aber de facto abweichende Meinung diffamiert oder sogar kriminalisiert wird. Und viele Menschen lassen sich das gefallen. Sind wir also alle freiheitsmüde, fragt sich auch Giuseppe Grazia in seinem Kommentar. Seit einigen Jahren weht im Westen ein linksgrüner Zeitgeist, besonders in Westeuropa. Ein Geist der Staatsfrömmigkeit. Und zugleich gibt es da einen nahezu kindlichen Glauben an Fortschritt, an Digitalisierung, Globalisierung, Optimierung. Im medialen und politischen Mainstream erscheinen Prinzipien wie individuelle Freiheit und Selbstverantwortung immer mehr als unverlässlich, als unsolidarisch, ja, als gefährlich. Wenn jeder individuell frei sein und handeln und öffentlich mitgestalten kann, dann ja wohl auch der Idiot von nebenan oder der Extremist, der Ableichler, der staatskritische Queerdenker. Wo kommen wir da hin? Früher hieß Liberal sein Privat vor Staat, Freiheit vor Gleichheit. Doch heute dominiert die Rede von kollektiver Solidarität, vom Staat als Wertegemeinschaft, vom Staat als Manager unseres Zusammenlebens. Und das bedeutet der Staat ganz privat und Gleichheit vor Freiheit. Ob Klimakrise, Pandemiekrise, Demokratiekrise oder Geschlechtergerechtigkeit, statt auf mündige Menschen setzt man lieber auf den Staat als Umweltschützer als Krankenschwester, ja, als moralische Instanz. Gesetze steuern Quoten. Sind wir freiheitsmüde geworden? Das ist die Frage. Oder hatte die Freiheit des Einzelnen schon immer einen schweren Stand, weil sie anstrengender ist als der Erdentrieb? Eine Kultur der mündigen und Selbstständigen setzt lebenslange Arbeit an sich selbst voraus, ein Wille zur Selbstverantwortung und das entspricht nicht dem menschlichen Instinkt. Der Mensch sucht nicht die Risiken der Freiheit auf der Wildbahn, wenn er nicht muss, sondern die Nestwärme. Der Mensch will behütet sein. Er will, dass jemand sich kümmert und Verantwortung übernimmt. Das erklärt die anhaltende Anziehungskraft sozialistischer Modelle mit dem Versprechen, dass der Staat sich kümmert. dass der Staat die Gefahren von Freiheitsmissbrauch und Willkür zu bannen vermag. Kraft einer höheren Autorität, Nestwärme und Herdentrieb kommen aus dem Wunsch des Menschen auf ein bequemes, abgesichertes Leben. Diesen Wunsch machen sich verschiedene Formen des Kollektivismus zunutze, ob in grüner, in roter oder in brauner Verpackung. Im Gegensatz dazu leben freie Gesellschaft von einer Kultur der individuellen Reife. Der katholische Kirchenlehrer Thomas von Aquin definiert im Mittelalter die Freiheit als steigenden Selbstbesitz. Frei werden bedeutet nach Thomas, sich selber immer mehr besitzen zu lernen, um dann eines Tages so zu handeln, wie man es wirklich will, statt nur der Herde zu folgen oder den Trieben zwischen Angst und Lust. Es ist wichtig, Freiheit, verstanden als Selbstbesitz, wieder neu zu entdecken und bekannt zu machen. Wenn die Menschen weniger an die erlösende Kraft der Herde oder des Staates glauben, dafür wieder mehr an die Kraft der Selbstverantwortung, dann wird es auch wieder mehr Freiheit geben. Dann wird sich zeigen, freiheitlich gesinnte Menschen dienen nicht nur der Entfaltung der eigenen Person oder den eigenen Interessen, sondern zugleich immer auch dem gesellschaftlichen Raum für Kreativität und echten Fortschritt. Es wird sich zeigen, Freiheit und Verantwortung sind nicht Prinzipien der Vergangenheit, sondern der Zukunft. Denn der Einzelne macht den Unterschied, nicht das Kollektiv. Der Einzelne kann sich selbst besitzen, nicht das Kollektiv. Giuseppe Grazia kommentierte. Wenn Sie unser Informationsangebot kommentieren wollen, können Sie das unter der Adresse info at kontrafunk punkt radio tun. Wenn Sie uns auch anderweitig unterstützen wollen, freuen wir uns unter www.kontrafunk.radio schrägstrich spenden über jede finanzielle Zuwendung an uns, die Sie erübrigen können. Vielen Dank schon jetzt. Noch dieser Programmhinweis in eigener Sache. Heute Abend um 20.05 Uhr und in der Wiederholung um 23.05 Uhr lädt Sie Ludger K. wieder in seine Welt, Ludgers Welt ein, wenn er den Weimarer Komponisten und Kabarettisten Uli Masud begrüßt. Mir bleibt auch heute wieder, mich für Ihre Treue und Ihr Interesse an unserem Programm zu bedanken und in der Hoffnung, dass Sie uns gewogen bleiben, Ihnen und mir ein herzliches Auf Wiederhören zu wünschen. Ihr Andreas Peter und ein Ich und ein